Hier bin wir wieder, der kleine Gompi im Bahnfinder. Ja, da bin ich. Gompi Angestellten. Weil das Radchen in... Ich reiche da jetzt hin, weil es reitet mich jetzt. Tun Papier vergessen. Nein, es war schlimm. Aber Ressourcen brauche ich gar nicht mehr. Das ist alles, das ist alles viel zu viel. Ich kann ja nichts mehr kaufen hier. Ich habe ja schon alles. Ne, Billy. Hola. Ja. Ach, du nimmst mich heil. Das Team ist toll, Mann. Ja, finde ich auch. Mach heute hier kaputt. Ihr kommt noch alles, warte ich. Also, auf dem Radchen, oder? Ja. Ja, hier geht der. Haha, ich bin ja wieder pleite. Warte, ich bin ja wieder pleite. So, so gut zu vielen. Eingeben. 5000. Oh, scheiße. Hey, hey, hey. Oh, ich habe vergessen, Pause rauszunehmen. Ja, ich bin ein paar Meter gelaufen. Keine Sorgen. Ihr habt hier nichts verpasst. Ich bin hier nach draußen und pleite. Okay. 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 Wie piept das? Jetzt muss ich doch wieder in den Laden arbeiten, ich dachte ich schon. Ich muss doch wieder arbeiten, ich muss die Sachen verkaufen. Ich hab so rumgespliedert, blendert. Ich brauch die ganzen Ressorten noch gar nicht, ich sammle ihn hier ein und mach und du... Ich denk den Scheiß braucht man nicht noch, aber... Ich hab nur so gewonnen. Wir haben Schlüsse gefunden. Ja... Ich bin in die Kasselwild genommen. Ja... Die ist da... Müsste da sein. Und sonst musst du mal gucken gehen. Ich bin in die Kasselwild. 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 Bis jetzt hab ich da was gefunden, was ich versuchen könnte hier irgendwo. Bis jetzt ist der alle noch sehr mau. ja ich bin hier was geht denn hier ab ja alles klar siehst du dann geht das weiter wieder wo hallo ist die party hier hallo ja 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 okay okay was geht hier los ein silbels und Kartons und Müll und so. Warum? Oh, guck mal an! Das geht ja richtig... Ich komm doch einfach so vor wie eine Putzkraut hier, wisst ihr das? Schlimm! Könnt ihr mich mal... Aber könnt ihr mir nicht etwas tolles geben und dann bin ich reich und dann das Thema erledigen bin hier mit BORN FINDER. Hier liegt ein Möser in der Ecke. Ich brauche das gar nicht mehr machen. Einmal haben wir auch keinen Bock mehr darauf, die euer Müll wegzuholen. Aber ist mir so... Ist wie eine Suche, ey. Ist wie eine Suche, ey. Ich werde dann hier mit den... ... Ja, du hast Spaß. Das sehe ich. Auch viel zu viel Alkohol, glaube ich. Viel zu viel. Kann man verkaufen? Kann man verkaufen? Wäre ja auch voll. Meine Herren! Ich gehe auf Kohlpapier. Ich gehe auf Kohlpapier. Bodenaufwendiger... Uuuuuhhhhhh... Guck mal... So. Was ihr alles sammelt, ist ja schlimm mit euch. Was ihr alles sammelt, ist ja schlimm mit euch. Alter... Schämt ihr euch nicht? Einige muss ich überall gucken, sonst finde ich den ganzen Kack hier nicht. ... Ja... Wuh! Guck mal! Ja... ich sei mühsam krieg ich diesen ektabonus ja die braucht keine stühle wirklich woher ist ja dunkel immer sagen ich habe schon herrschen da werden die folge wird länger weil ich bin dann auch wenn er auch da haben wir auch ein ja reiz und eine marschneider was ist der marschneider hallo ich bin wieder da Mann! Kaufe ich ja auch ab? Ah guck, was wusste ich doch, dich kenn nicht! Ja, du gehst immer reingrauben, du! Was ist das? Ein Ticket? Äh, PARTY! Billy macht bestimmt PARTY! Ne? Ja sag ich doch, mittendrin, da unten macht er Billy PARTY und ich dachte, wir ackern! Kenn ich noch jemand nur ein? Ich bin noch ein paar die Macher hier! Ist das hier richtig? Kann ich hier leichter laufen? Was ist wirklich? Ich sehe die Macher drauf im Kopf! Er macht nur so was! Hallo! Hallo! Jaaa! Da viel zu tun! Ah, wirklich? Ich kann hier nochmal hin, ja! Jaaa! 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 Mach mal was hier! Ich hab hier Body an der Axel! Guck mal da was tanzt da ab da unten. Auch der Router. Ja. Auch der Router. Oh. 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 Den lass ich. Hallo. Ein Schrankchen. Was macht ihr mit den Tieren? Komm ran. Okay. Ihr sucht das Ei. Google-Spiel Tränken. Gucken wir mal. Ja, Geil! Das ist ja schon echt crazy, ne? Das ist auch ein Komplex. Das ist echt ein Ding hier. Aber ziemlich dunkel hier. Ja, ich bin hier unten. Mach ich nicht hin. Oh. Ja, würde ich haben. Genau. Aui. Hätte ich mal was geben. Gibt mir ein UFO. Gibt auch mal Zeit. Ja. 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 Da. Was ist das? mann 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 ja geil aufdrag beendet jetzt muss ich nur gucken wo hier der kopf hier ist die tüse und nun aber Und, um... hier sind die ganze pläne und so eine alien dinge ist wir kommen wieder zurück was waren auch mit ja bis nächsten folge